Hallo, Deutsch, Oberstufe 1, Lektion 84, Passiv im Konjunktiv 2 mit Modalverben. Heute machen wir wieder den Lesetext. Wie immer machen wir in diesem Video zuerst die Hörenübung. Das heißt, dass ich euch den Text vorlese und ihr dann versucht zu verstehen, um was es hier geht. Im nächsten Video kommt dann wieder die koreanische Erklärung. Seid ihr bereit? Los geht's! 5. Formen der Kritik Kritik zu geben ist im Berufsleben unumgänglich. Sie ist Hauptbestandteil der Kommunikation. Für unseren Erfolg ist daher entscheidend zu lernen und zu trainieren, richtig, also konstruktiv zu kritisieren und mit Kritik angemessen umzugehen. Der Begriff Kritik ist zunächst neutral und ein Oberbegriff für verschiedene Formen der Kritik. Positive wie negative Kritik. Destruktive wie konstruktive Kritik. Die Unterscheidung ist deshalb so wichtig, weil manche dieser Begriffe synonym verwendet werden. Sie sind es aber nicht. So muss man unterscheiden zwischen Konstruktive Kritik will nicht nur auf Fehler hinweisen, sondern ist zugleich um eine Lösung bemüht. Konstruktive Kritik zu geben bedeutet im Kern respektvoll, förderlich und nützlich zu bleiben. Diese Form zeigt Alternativen auf und bemüht sich um sachdienliche Hinweise und eigene Vorschläge zur Verbesserung. Destruktive Kritik ist das Gegenteil davon. Sie will attackieren, schaden, runtermachen und ist in ihrem Wesen weder sachdienlich noch wohlwollend oder weiterführend, sondern vielmehr ein Schlag ins Gesicht des Kritisierten. Destruktive Kritik soll, wie der Name sagt, zerstören und den Adressaten treffen sowie seine Gefühle verletzen. Je mehr, desto besser. Positive Kritik wiederum empfinden die meisten Menschen gar nicht als Kritik, eben weil sie positiv ist. Schulterklopfen, Lob, Anerkennung, all das sind ebenfalls Formen der Kritik. Auch sie beurteilen eine Arbeit oder Leistung, nur fällt das Urteil positiv aus. Allerdings kann auch das destruktiv wirken. Zum Beispiel, wenn die Wertschätzung so lapidar daherkommt, dass sie schon wieder wertlos wird, beziehungsweise sich selbst entwertet. Bestes Beispiel, wenn sich jemand 20 Jahre lang für die Firma aufgeopfert hat, dann kündigt und mit einem Hohlen, wir danken Ihnen für die langjährige Treue abgespeist wird, na danke. Negative Kritik zu äußern, muss hingegen nicht automatisch destruktiv sein. Hierbei wird zwar gerügt, getadelt, moniert. Das kann und sollte aber konstruktiv geschehen. Das Feedback muss zwar einen negativen Sachverhalt beanstanden, aber wir finden gemeinsam und auf Augenhöhe eine Lösung. Selbstkritik. Schließlich ist eine Form der Kritik, die nicht von außen kommt. Sie kann ebenso positiv wie negativ, destruktiv wie konstruktiv sein. Nur gehen wir dabei mit uns selbst ins Gericht. Teils in Form von Selbstreflexion, teils mit der Wirkung einer Selbstdemontage oder Selbstsabotage. Es ist eine Kunst, sich selbst zu kritisieren. Was ist konstruktive Kritik? Jeder kann kritisieren. Kritik zu üben ist leicht. Nicht zuletzt, weil wir den Splitter im Auge des anderen immer besser sehen als den Balken im eigenen Auge. Was Kritik konstruktiv macht und ihre Wirkung entscheidend beeinflusst, sind vier Elemente der konstruktiven Kritik, die jeder wohlwollende Kritiker unbedingt beachten sollte. Wie die Kritik wirkt, ist von vier Faktoren abhängig. Inhalt der Kritik. Zunächst braucht Kritik eine belastbare Basis. Sie muss berechtigt sein, sonst bleibt sie hohl und unsachlich. Der Inhalt der Kritik muss der Sache nach also wahr sein. Ton der Kritik. Auch wenn es immer eine einen braucht, der eine Wahrheit ausspricht, der Ton macht die Musik, das weiß schon der Volksmund. Schadenfroh Fehler aufzuzählen und den Finger in Wunden zu legen, hat mit konstruktiver oder nützlicher Kritik nichts zu tun. Ob nur destruktiv gemeckert wird oder wirklich konstruktive Ratschläge gegeben werden, lässt sich daher oft schon am Ton, an den Formulierungen und an der Qualität des Inhalts ablesen. Zeitpunkt der Kritik. Auch der Zeitpunkt der Kritik will klug gewählt sein. Unmittelbar nach dem Fauxpas ist kein schlechtes Timing. Der Fehler ist noch frisch, der Hergang rekonstruierbar. Der Kritisierte hat überdies einen direkten Bezug dazu. Es gibt aber auch Argumente gegen die Echtzeitkorritur. Dazu werden wir später noch ausführlicher. Absicht der Kritik und schließlich die Absicht, das Motiv hinter der Kritik. Konstruktive Kritiker zeichnen sich nicht nur durch einen respektvollen Ton aus. Sie sind immer auch wohlwollend. Sie möchten etwas grundsätzlich verbessern, der anderen Person helfen. Die Korrektur ist dazu unerlässlich. Aber sie ist ebenso zielführend wie optimierend gemeint. Ziel ist ein Lerneffekt. Seinem Gegenüber Fehler vorzuhalten, verschafft einem vielleicht kurzfristig und im Moment des Ärgers etwas Luft und Erleichterung. Es hilft dem anderen aber herzlich wenig bei der Frage, was verbessert werden soll und vor allem wie. Konstruktive Kritiker machen sich daher die Mühe, zu überlegen, wie ihre Kritik beim Gesprächspartner ankommt. Sie kritisieren nicht einfach impulsiv. Vielmehr formulieren sie ebenso empathisch wie konkret, ohne dabei irgendeinen Weichspüler zu verwenden. So kann die konstruktive Kritik zugleich sicherstellen, dass die Beziehung keinen Schaden nimmt. Beispiele für konstruktive Formulierungen. Ich habe ein Problem damit, dass... Was halten Sie davon, wenn wir an der Stelle eher... Mir ist aufgefallen, dass Sie... Das finde ich generell gut. Für die Zukunft würde ich mir aber wünschen, dass Sie mehr darauf achten... Damit bin ich nicht einverstanden. Ich habe mir ebenfalls Gedanken dazu gemacht und finde es besser, wenn... Aha. Tabu-Sätze in der Kritik? Das ist ja wieder mal typisch für Sie. Andere sehen das übrigens genauso. Immer machen Sie das falsch. Nie sind Sie dazu in der Lage... Aha. Was haben Sie sich nur dabei gedacht? Sogar schon so nicht da. Ab jetzt werden die Texte immer länger und natürlich auch ein bisschen Interessante. Das ist... für mich sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, das nächste Mal kommt dann die koreanische Übersetzung. Dann könnt ihr den Inhalt sicherlich viel, viel besser verstehen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.